Willkommen, beste Stadt. Stadtname, Korkhausen. Jetzt viel Spaß, Höhlenhasen, denn sie haben gerade das Rad gefunden. Entschuldigung, ich war einfach kurz noch im Thema. Hey! Hey, was du machen? Buddeln. Aha, Buddeln, Minecraft oder was? Was gebuddelt? Und was gebuddelt? Das wissen sie nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Du, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht lass uns Musik machen. Ja! Du hörst was? Nein, ich auch nicht. Vielleicht kann man das ja essen. Nein, ich will nicht Termin beim Zahnarzt machen. Oh, vielleicht können wir damit was anderes machen. Ah, ich weiß es. Ich bin vielleicht wieder da. Vielleicht wenn wir es gießen. Blume auch nicht. Keine Blume. Nein, nein. Nun, wenn das nicht alles funktioniert, da... Du, sie, runterleihen lassen. Ich habe nichts gemacht. Du, runterleihen lassen. Du, runterleihen lassen. Sie kommt zurück, du blöde Mann. Ah, nun... Und sie haben gerade das Rad erfunden. Vielleicht wird es ja eine neue Nation. Aber erst mal soll jemand die rausholen. Du, ein Vollidiot. Ja, wir haben gerade aber Rad erfunden. Und damit nächstes Mal Korkhausen. Und damit geht's.